Ist derjenige, der einen dazu zwingt, Allah zu beleidigen, ein Kafer? Natürlich. Jemand, der dazu zwingt, Allah subhanahu wa ta'ala zu beleidigen, ist ebenso wie die Person, die Allah subhanahu wa ta'ala beleidigt. Aber hier kommt es auch an, was meint man mit beleidigt. Nicht, dass es jemand zum Beispiel sagt, ja, der macht mich immer sauer und zwingt mich deswegen, Allah subhanahu wa ta'ala zu beleidigen, weil er mich sauer macht. Das ist dann alleine auf dir. Das ist dann alleine auf dir.